Ich freue mich wahnsinnig, in einer Woche ist es soweit und wir werden zusammen singen. Lasst uns am 2. Mai um 16 Uhr mit unserem Gesang die Welt ein bisschen heller machen. Lasst uns verbinden und positive Energie senden. Ich freue mich, dass du dabei bist. Wenn du noch jemanden kennst, der gerade wirklich einen positiven Energiekick gut gebrauchen könnte, dann teile den Website-Link, der hier unten steht und ich freue mich, wenn wir dann gemeinsam zusammen singen werden. Es werden Lieder dabei sein wie Ein Hoch auf uns, I Like the Flowers, The Beatles sind dabei, Partylieder wie Kessera oder auch Er gehört zu mir. Es sind auch für Kinder Lieder dabei. Dieser Flashmob ist für groß und klein, denn mir ist es wichtig, dass wir uns verbinden. Ich denke, wir haben schon sehr lange durchgehalten und es ist jetzt wirklich wichtig, dass wir auch mal gute Nachrichten verbreiten und uns etwas Gutes tun. Ich freue mich, wenn du dabei bist. Wir sehen uns am 2. Mai um 16 Uhr. Bis dann. Ciao.